Hey Leute und willkommen zurück zu Noobs bei der Arbeit. Wir spielen heute wieder auf dem Multicode-Server und wir spielen... Superjob! Und das da hinter uns ist nicht das Hexenhäuschen von Hänsel und Gretel. Das will ich mal festhalten. Ach schade, ich dachte, das kann ich jetzt essen. Lebkuchen. Ihr habt ja vielleicht gekostet, was heißt, wenn ich irgendwie ein bisschen was erwähne, aber mein Kopf oder Pipapo, dann wundert euch nicht. Ja, in dem Fall hat er eine Bratpfanne vom Hinterkopf gekriegt, weil er seine Freundin geärgert hat. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde. Bis gleich. Bis gleich, genau. So, da sind wir auch in der Runde. Wir machen das jetzt so, es gibt nämlich so eine Sache, wenn man jemanden einlädt, dann kommt man, wenn ich jetzt zum Beispiel Metas einlade, kommt er auf der Seite raus, wo er jetzt wirklich ist. Das heißt, ich bin auf der falschen Seite. Eigentlich lasse ich mich immer einladen, damit ich eigentlich immer auf der guten Seite bin. Denn ich verkrampfe nämlich immer. Meine Maushand verkrampft sich immer, wenn ich auf der falschen Seite stehe, so wie jetzt. Ach, stell dich nicht so an wie so ein Mädchen. Hier steht Jordan auf dem Schild. Hier ist ein Schild, wo ich bin. Guck mal, hier hinten bin ich. Moment. Das hast du bei dir aber nicht, das Schild. Ich habe hier ein Schild, da steht Jordan drauf. Ja, keine Ahnung. Hier über den Jordan. Ja, genau. So, ja, wir haben vorher schon einmal aufgenommen, aber das ist leider gefailt. Aber das ist nicht so schlimm, wir haben ja trotzdem Spaß. Ja. Der Kalle hat Spaß, weil er nämlich wieder da vorne schon ist. Und ich bin einmal gefallen, Metas. Also, oh, du bist schon dreimal gefallen. Ja. Äh. Äh. Die waren das so wie vorhin. Ich lade ihn zweimal ein, das heißt, ich bin beeinträchtigt. Und das letzte Mal lädt er mich ein, damit ich ein bisschen waschen kann, damit ich es gewohnt bin, auf der richtigen Seite zu spawnen und auch besser zu jumpen, damit ich nicht so verkrampfe. Äh. Da komme ich irgendwie nicht hoch. Das ist, äh, wie tief ist denn das hier? Jump öfter mal durch, habe ich gesagt. Du musst ja nicht, ähm, das kriege ich doch nicht auf die Reihe, Galle. Nein, ich meine, das sind nur zweimal Jumps. Du stehst, jumpst und jumpst noch einen weiter. Das, das, dann macht das. So, habe ich gemacht. Und da drüben komme ich trotzdem nicht rauf. Pass auf. Äh, doch. Ich bin hoch. Wow. Äh. Du musst immer gucken, wann du das wirklich brauchst. Und ich habe es geschafft. Ha, GG. GG, Digga. Da. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Ja, dreh dich mal um. Hey, Leute, willkommen in der Runde. Da steht, Pandas love Bamboo. Ja. Es grün zu grün, wenn Pandas Bambus blühen. Ja, klar, beim ersten Jump schon. Das ist echt hart. Ich sag dir, wie passt das nochmal? Äh, wie, wie, wie hieß es? Du bist Noob. Nein, Noob. Ja, ein Noob ist der Noob. Das will ich sowieso mal festhalten. Jetzt bin ich kein Noob mehr. Das heißt, ich bin... Äh, das gibt's doch nicht. Das heißt, ich bin Noobs bei der Arbeit und ein Noob bei der Arbeit. Denn der einzigste Noob bist du mit, Doss. Ja, ja, ist klar. Was ich neck, das mag es nicht. Mal ein bisschen abgewandelt, weil die tun uns bestimmt nicht. Das wäre ein bisschen homo-mäßig. Ja, nee, no homo. No homo? Nee, dass ich lieb dich, hey, steck no homo. Ich geht's. Ich geht's. Doh. Das ist aber nicht komisch, ja? Hoi! Wow. Metos. Ta-da! Nein, komm schon. Ich hatte doch nur noch diesen Einspruch. Ach nee, der wäre jetzt noch weitergegangen. Ja. Da sind wir auch in der Runde. Das Mal schlage ich dich. Moment mal, warte mal, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Kalle, bleib mal stehen. Guck mal da hinter dir. Oh ja, da kommt was, ne? Lass mich mal aufholen. Ja, ja, hinter mir ist was. Jetzt hast du Zeitvergäude. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Hast du dich gerade angeguckt wahrscheinlich dabei? Ja, klar, ich deb. Ich bin runtergefallen. Ah, gut so. So, Moment, das machen wir so. Dann hier. Zack. So, das, das, äh, das ist weit. Uh, jawohl. So, ähm, darüber schaffe ich es eher nicht. Das muss ich. Oh mein Gott, der Jump'n'Run-Gott, der will nicht, dass ich gewinne. Der will jetzt, dass Metos gewinnt. Uh, nein, 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 warum höpfe ich denn als weiter ich deb? Hier, du bist der Metos-Depp anstatt Johnny-Depp-Metos-Depp. Äh, 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 genius. What's going on here? Doh. Gut. Doh. Das hab ich von Apecrime, ja? Also nicht wundern. So, da ist wieder dieser weite Sprung. Jawoll. Metos kennst du, Apecrime. Sag mir jetzt nix. Okay, dann vergiss es. Nein! Jump'n' mal über den Block drüber, ich kippe. Nee, nee, nee. Wird schon öfter gefallen als du. Ja, das macht ja nix. Das ist alles super, ne? Hauptsache du gewinnst. Genau. So seh ich das auch. Auch immer du bist. Warte mal, nee, das passt nicht. Weil das ist ja mehr als ein Block hoch, wo sich das springen müsste und das funktioniert nicht. Also muss ich auf den Zaun da springen. Auf das Steine. Ja, 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 ja. Huh, huh, huh. What's going on here? Wow. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier weiterjumpe. Das ist wohl keine gute Idee, da weiter zu rücken, denke ich. Ja, da weiter. So. So. Da drauf oder da drauf? Ich denke auf den halben. Wäre eine gute Idee. Ja, 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 war eine gute Idee. So. Oh, sorry, dass ich jetzt gerade nicht so viel sage, aber ich bin gerade konzentriert, Metos, denn ich bin, oh ja, ich bin am Ziel. Nicht im Ernst. Ich warte aber auf dich. Ich lasse dich ein bisschen jumpen. Du musst die Welt ja ein bisschen entdecken, wie den Saturnring hier oben bin ich. Hallo, guck mal. Ich stehe genau einen Block vorm Ziel. Einen Block vorm Ziel. Hallo, Metos. Hallo. Bis jetzt bin ich noch da. So. Du hast auch bisher nur einmal gefallen. Also Respekt auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber, ähm, ich glaube, jetzt komme ich hier nicht wirklich weiter, oder? Warte mal, da muss ich drauf, denke ich, weil das wird zu weit sein. Soll ich drauf gehen jetzt? Upsa. Hallo. 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 Wie weit muss ich denn da noch? Genau, auf den jetzt. Und jetzt auf, na, du musst jetzt da rüber, genau. So. Wer weiß, ob du es schaffst. Puh. Und jetzt musst du rüber, da, auf die... Da? Ja. Da? Ich hab's aber... Nein! Ja! 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 Danke, Kalle, dass du so schön hast gewartet. Ja, ja, Party! 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 Macht Feuerwerk hier! Ach so, das gibt die mir hier nicht. Komm, ey, aber ich hab's mal durchgeschafft, das mit nur einmal fallen. Wie oft bist du gefallen? Ha! Hier mal. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss, ja, ich bin auch weg. Oder in Auf Wiedergeschaut.